Sie nahmen ihm seine Freiheit und das, was er am meisten liebt. Du wirst nichts hören, wenn du dein Ohr an meine Brust legst. Alles, an was er sich jetzt noch klammert, ist der Gedanke an Rache. Eines Tages schon bald werde ich dein Leben nehmen. Der Preis der Freiheit. Jeder Sklave auf unserem Weg wird von seinen Ketten befreit. Wird mit Blut bezahlt. Wir müssen zusammenstehen. Dann zerreißen wir jetzt die Dunkelheit mit den Schreien von Römer. Die neue Staffel in Doppelfolgen. Spartacus Vengeance. Ab Freitag, 22 auf 35. Badabum. Die Woche, die knallt.